To WeTravelStar, Reisebüro Bachmann. Viermal in Leipzig. Südamerika ist für mich unberührte Natur, wunderschöne Landschaften, schneebedeckte Gipfel, türkisfarbene Seen, die blauen Gletscher. Also für mich ist es einfach wunderschöne Landschaft und Freiheit. Also mein Vorschlag ist Gebeko, ein sehr guter Studienreiseveranstalter. Man erfährt sehr viel über das Land, sie haben qualifizierte Reiseleitungen. Es ist sehr, sehr viel geboten für den Gast und ja, also das wäre auf jeden Fall meine Empfehlung. Also die bekanntesten Stationen sind auf jeden Fall Feuerland ist mit dabei, der Nationalpark Torres del Paine ist mit dabei, Buenos Aires ist mit dabei, Santiago de Chile ist mit dabei und natürlich auch die blauen Gletscher Perito Moreno. Ja, man kann Rad fahren entlang der Fuße der Vulkane, das ist wirklich ein wunderschönes Erlebnis. Man kann wandern gehen im Nationalpark Torres del Paine, man kann Abenteuer erleben, man kann einfach nur die Landschaft genießen, also es ist für jeden etwas dabei. Also die Reise, die geht 14 Tage, zwei Wochen und ja, das Besondere ist einfach, das Land wird einem näher gebracht. Es ist nicht wie eine normale Rundreise. Man kann auch sehr viel selbst erkunden, man kann viel mit der Reiseleitung besprechen, man kann sehr viel unternehmen. Und ja, ich glaube, das Besondere ist halt einfach diese Reise mit Gebeko. To We Travel Star. Reisebüro Bachmann. Ob Grünau, Postdorf Center, Höfe am Brühl oder Flughafen. Sie finden uns viermal in Leipzig.